so heute gibt es wieder was aus der kategorie ausprobiert und zwar dieses mal den bio light camp stove und zwar die zweite version dann fangen wir einfach mal an das gehört nicht dazu das ist eine munitions box in plastik wie man sie irgendwo im internet zum beispiel findet da hat er gut reingepasst und deshalb ja doch dann wasserdicht hier ist der bio light camp stove drin und dann gucken wir mal ich habe hier auch noch timer zählt zwar nur die minuten die sekunden sind etwas kryptisch aber legen wir mal los damit man einfach mein gefühl kriegt wie lang dauert das so los geht's mit dem teil weiter geht's timer läuft noch alles ein bisschen provisorisch aber das ding haben wir uns übrigens gekauft weil was mal gesehen haben stichwort wanderhassi hat so ein ding geschenkt kriegt und wir haben uns selber gekauft und gibt es nachher auch ein kleines fazit wozu er gut ist und wozu vielleicht nicht unbedingt so hier ist die hülle da war ein stück habe noch dabei hier ist der corpus und das ganze ding ist hier diesen wunderbaren akku ladegerät etc hier kann man was mit laden da unten kann man ihn selber laden hat ein ventilator drin ja das ist die anzeige wie voll der akku ist da geht der eigentliche ventilator der ist hier los der puste dann ein bisschen das feuer an das macht er automatisch und da drüben kommt die anzeige wie intensiv denn das ganze geladen wird hier sieht man gleich so zusammenbau ist auch recht easy steckt das da nein das ist übrigens ist thermoelement was dann wieder die ganze geschichte lädt dass das hier halbwegs gut passt klappt dann das bein um klappt die anderen beine um und siehe da ein drei bein hier oben sieht man schon die löcher das heißt das ist wieder so ein rauchgas verbrenner ok stellen wir das ding mal hin zum befüllen habe ich hier so eine alte ipalat dose genommen und da sind pellets drin und ich habe mir mal ein strich gemacht und ich will mal gucken wie lange so eine geschichte brennt das ist eigentlich die idee hinter dem timer gewesen das sind jetzt ungefähr drei füllungen so ungefähr ist eine füllung drei zentimeter das dürfte eine drei zentimeter füllung aus der ipalat dose sein so ganz wichtig bei dem ding also jetzt ist wirklich nicht viel drin man darf ihn maximal so bis hierhin füllen damit die löcher hohen luft haben habe ich mal gespannt ob das überhaupt funktioniert den grillanzünder mit dem lichtbogen feuerzeug anzuzünden ja tatsächlich funktioniert der brennt schon mal jetzt legen wir ihn da drauf und das war die vorbereitung jetzt geht relativ gut einfach grillanzünder rein und anzünden und warten ja und jetzt hat sich der ventilator automatisch dazu geschaltet wir sind bei einer guten minute gedauert bis das ding erkannt hat jawohl ok da ist wärme jetzt mal gucken wie lange der überhaupt mit dieser menge an brennstoff brennt wie gesagt das sind pellets man kann auch kleine äste und zweige nehmen aber es ist ja mal ein ausprobieren die pellets brennen und dann schießen hier oben die flammen raus hier sieht man die anzeige akku ist voll der ventilator pustet auf kleinster stufe und momentan vom feuer her ganz unten ist ganz niedrig wie es geladen wird ich glaube drei watt würde in vollleistung bringen also das heißt es jetzt vermutlich weniger als ein watt was hier an leistung ist so wir sind bei minute vier und man sieht es vielleicht eine ganz kleine menge rauch kommt jetzt schon raus und das ist der trick der rauch soll dann nachher entzündet werden und wieder verbrannt werden das ist ein rauchgas verbrenner das möglichst wenig rauch entsteht bei dem eigentlichen nutzen hier sieht man vier paar und vierzig denke ich auch 50 Minuten aber jetzt passiert hier so langsam was die flamme wird höher und man sieht auch schon wie die so züngelt das heißt gleich geht es in richtung rauchgas verbrennung wir sind bei gut neun minuten auf den timer und die flamme brennt mit vollgas das war jetzt diese kleine menge und man sieht es auch es ist sehr raucharm was hier verbrannt wird jetzt können wir mal einen topf drauf stellen und wasser erhitzen aber jetzt kann man hier sehr schön sehen wie die flammen an der seite raus züngeln das rauchgas wird verbrannt und wenn ich jetzt den topf hier drauf tun will stelle ich fest der ist zu klein und dafür habe ich eine hilfe moment diesen alten untersetzer nachher kann man den nicht mehr mit den händen anfassen und da kann man dann also irgendeinen metall untersetzer verchromt beim müll gefunden so hopf drauf ca. halber liter wasser deckel drauf das schöne ist jetzt auch es ist wie so ein bisschen wie ein heizpilz von unten das heißt das ganze ding wenn man jetzt das etwas höher stehen hat das wärmt nach unten und die wärme geht nicht einfach nur nach oben weg aber den topf erwärmt es wir sind jetzt bei gut 11 minuten gucken wir mal wie lange es braucht bis es da drin brodelt und hier unsere wärmeleistung so in der zwischenzeit schließen wir hier mal die lampe an die kann man jetzt einfach anmachen sie leuchtet und kann die sogar dimmen wie man so fürs kämpfer ja gerne haben möchte an aus so also hier der usb anschluss funktioniert wir sind bei minute 13 ein weiteres feature ist hier das ladekabel was dabei ist da probieren wir jetzt mal und da sieht man die ladeanzeige also es lädt der eigene akku ist noch voll der pustet auf gering hier ist unsere leistung die ist jetzt etwa auf halb so jetzt hört sich es aber schon an als ob es kocht man sieht die bläschen drin ich hebe es mal hoch ja ich würde sagen das ist annähernd kochend wir sind bei minute 17 fast 18 das heißt bei minute 10 haben wir angefangen es drauf zu tun es hat so circa 8 minuten gedauert einen halben liter wasser zu kochen mit einer kleinen menge ja jetzt sieht man es an sehr deutlich wie es blubbelt jetzt kocht es und wir sind bei 18 jawohl passt so sieht dann die auflage aus die wir hier behelfsweise drauf haben das schöne ist es strahlt schön an die füße hier ja also ich kriege die füße gewärmt wunderbar es ist wie so ein mini heizpilz nach unten natürlich wird das dann alles ziemlich verkohlt sein oder verrußt sein das muss man nachher abwaschen das ist halt bei holzfeuer so so den deckel nehmen wir jetzt auch noch runter so und da sieht man wie schön die flamme da im kreis verwirbelt verbrennt ja und ernährend rauchfrei und wir sind bei minute 20 so minute 22 immer noch volldampf wenn man ihn schneller abbrennen will kann man den ventilator höher stellen müssen wir gucken ob dann die wärmeleistung auch hoch geht eine stufe höher erstmal flackert ganz gut wie gesagt wir sind in der 22. minute 20 wenn man so von oben rein guckt ganz kurz ohne die kamera abzufackeln sieht man also da ist schon ganz schön runtergebrannt aber es ist noch glut da und er brennt noch aber es geht wohl jetzt so langsam dem ende entgegen mal lange mal gucken wie lange es dauert ein kurzer blick rein man sieht erstmal nur noch glut minute 25 ja das heißt jetzt ist vermutlich die luft raus oder der brennstoff entsprechend verbraucht allerdings ist noch reste da also zum finger verbrennen reicht es auf alle fälle zum kochen weiß ich nicht vielleicht ich könnte ja noch mal was drauf stellen aber hier wird noch angezeigt ja es ist noch es wird noch wärme produziert der eigene akku ist voll der akku hier vom feuerzeug ist auch ernährend voll und ich kann ja noch einfach mal den topf drauf stellen ob er den noch mal zum kochen bringt 26 minute mittler so man sieht die wärmeleistung ist deutlich runter gegangen er pustet noch also wird wohl heiß aber ob es noch mal kocht wir sind in der 28 minute und woran merkt man dass das ding überhaupt fertig ist ganz einfach wenn der ventilator ausgeht dann ist er fertig das heißt wenn es kalt genug ist dann schaltet er sich selber ab und dann kann man die reste rauskippen und wir gucken mal normalerweise bleibt sehr wenig übrig ja und dann kippt man das aus es ist heiß aber noch keine bläschen kleine bläschen aber also nicht wirklich kochen wir sind in der 31 minute ja und ich denke das dürfte es gewesen sein mit dieser lade an wie vorhin angesprochen kochen mit dem holzofen ist halt immer doch etwas groß dabei ja und wir sind jetzt in der 32 minute nach anzünden es ist noch ein bisschen klo drin so jetzt eben gerade ist der fan ausgegangen noch ein bisschen klo drin aber nicht mehr viel und wir sind bei minute 36 und jetzt gucken wir mal wie viel denn noch übrig ist von dem verbrannten zeug ja es ist nicht viel okay gut hier nochmal zum vergleich das ist die menge die verbrannt wurde und da ist sie ja so beim letzten versuch haben wir etwa die dreifache menge genommen und vielleicht verbrennt es da sogar noch besser dass ich glaube da blieb gerade auch so viel oder so wenig nur übrig gut also nochmal kurzes fazit von bio light bestimmt gut wenn man irgendwo kämpft und längere zeit möglichkeit hat zum rasten wir sind jetzt hier bei 38 minuten das heißt plus aufbau dreiviertel stunde auf und abbau fünf minuten aufbau zehn minuten vorheizen viertel stunde benutzen und viertel stunde warten bis es aus ist und dann halt vor allen dingen wichtig die glut wo hin kippen und mit wasser löschen oder in ein tiefes erdloch tun ok das war es anmerkungen fragen likes oder kommentare gerne in die kommentare das war es von ausprobiert und der bio light den wir uns selber gekauft haben